Musik Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Harz Madison. Wir sind immer noch total bescheuert. Das ist okay. Falsche Erinnerung. Schwäge fünfmal mit Eliza in Erinnerung. Ich bin gerne ein bisschen bekloppt. Ähm, Spritze. Oh Gott. Surfen mit dem Walten. Cool. Warum? Seit wann ist dieses Spiel so schnell geworden? Was habe ich denn da nicht mitgekriegt? Oh, voller Schildkröte. Sind das wirklich falsche Erinnerungen? Wo ist das Schwein? Wo ist das? Da. Oh Gott. Das haben sie wirklich erstaunlich gut versteckt. Äh, ist das ein Gehingoagent da hinten? Hm, schwupp. 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 Oh Gott, ein Dino. Wenn das passiert ist, dann, äh, meine Güte. Oh. Äh. Natürlich. Und Poseidon selber. Hallo. Ich wollte einen Patienten haben. Äh, nöp. Nöp. Oh. Oh. So. Da kommt schon der Nächste. Wie schön. Aber dass ich solche Erinnerungen an ihn haben möchte, kann ich irgendwie schon verstehen. Ja, aber das ist so, wenn man einen geliebten Menschen verliert, dann glorifiziert man den schnell mal. Ein Spritzchen. Sehr wohl, der Herr. noch mal eine Spritze für die Dame. Sehr gerne. Und ein Gemüsesaft. Oder keine Ahnung, was sie da will. Oh. 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 Oh, vier Sterne. Juhu. Einer fehlt. Okay. Einer fehlt zur ewigen Glückseligkeit. Na ja. Ah. Ah, jemini. Wir gucken, dass man da... Meerschweinchen. Rückkehr der Meerschweinchen-Attrappe. Fange keine Attrappen von Meerschweinchen und schließe das Level ab. Oh Gott, aber hübsch hier. Wo sind wir? Nee, dich will ich haben. Dich und dich nehme ich auch noch mit. Und dich nehme ich mit. Dich nicht. Dich auch nicht. Dich auch nicht. Hä? Gibt es da noch irgendwo einen echten? Oh Gott. Das geht aber schnell rum. Okay. Also zwei, die wir mindestens noch einmal spielen müssen. Von dem Hauptlevel will ich gar nicht jetzt anfangen. Das müssen wir wahrscheinlich noch zehnmal spielen. So. Dann, ähm... Will ich gucken. Wasser. Wasser. Schnelles Füllen des... Schnelles Füllen des Glases. Salat. Barstühle. Geduld an der Kasse. Da brauchen die bei mir meistens keine Geduld mehr. Ich schon versuche da Gold... äh... Goldmodus zu erreichen. Aber... So, machen wir mal das hier. Weil hier... Und das sind auch noch vier Monitore. Also muss ich jetzt wirklich damit rechnen, dass sie gestorben ist? Das, äh... Finde ich sehr dramatisch. Oh. Dahin. Du dahin. Und... Ja. Das ist zu öppert, eigentlich. Ah, das ist so dumm. Wie kann man sich so verkleben? So, jetzt müssen die da erstmal weg. Äh, okay. Ähm, Flumpf. Äh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn man das da mit den Menschen spielt, damit die sich beschäftigen, dann ist das super. Drei Sterne, das ist ja super. Jetzt nicht gut. Ich sag ja, das muss man viel zu oft spielen hier. Ich glaube, auf die Herausforderung nehme ich beim nächsten Mal nicht ganz so viel Rücksicht, weil ich hier mehr Punkte brauche. Ich glaube, auf die Herausforderung nehme ich beim nächsten Mal nicht ganz so viel Rücksicht, weil ich hier mehr Punkte brauche. Und Oliver und die Herausforderung habe ich ja geschafft. Sie will unbedingt da bleiben, ne? Wie viele Kapitel sind das denn noch? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und dann muss sie sich offenbar ums Baby kümmern. Oh mein Gott. Wir sind schon kurz, oh Gott, oh Gott. Ich wollte gerade sagen, wir sind schon kurz vor dem letzten, aber es ist natürlich, äh, vor dem letzten Teil. Aber das hier scheint auch so eine für mich Never Ending Story zu werden. Oh. Oh. Mir ist jetzt eher wichtig, dass die Goldherzen kriegen. Oh. 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 So, was möchtest du denn haben? Einmal Mampf. Einmal Mampf für den Herrn. Gut, und dann räumen wir hier auch gleich einmal wieder auf. Damit du da und so da. Du musst essen. Oh. 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 So, ja, Schwein. Ich hab dich gesehen. So, komm. Ja, die werden doch nicht, nicht golden. Das ist nicht gut. Ich will ja, dass sie golden werden. Nein. Hier ist im Spiel geklickt. Ich seh nicht, wohin wir dahin. Ich seh nicht, wohin wir dahin. Oh. Leck mich doch. Kann ich nicht angehen. Entschuldigung. Es bleibt mir doch glatt im Hals stecken hier. Ja. Yay. Yippie. Juhu. Ich kann mich so gut gebrauchen. Ich fall vom Hocker. So. Machen wir mal was anderes. Eine Spritze. Okay. Laufrad. Einmal Wasser für den Herren. Oh. Denkt immer dran. Viel trinken ist sehr wichtig. Oh. Klack. Oh! Oh. Oh. Schwein. Oh. Ja, ja, wir mit den Geheimagenten auf Hawaii und so, das war schon toll. Nee, du sollst da hin. Du sollst da hin. Und dann erst die Dinos. Die waren vielleicht... Was ist jetzt kaputt? Oh, warte, warte, warte. Ja, falsche Erinnerungen heißt, glaube ich, nicht umsonst so. Ich wollte gerade sagen, ich überziehe schon wieder voll und dann habe ich einfach nur mal die Uhrzeiten vertauscht, ne? Ja, manchmal. Bin ich halt ein bisschen verpeilt. Noch eine Spritze, sehr wohl. Einmal der Gemüsesaft. So, den sparteln wir hier noch einmal rum. So, einmal wegschicken. Und einmal euch wegschicken. Ja, bei den fünf Sternen war ich ja. Gott sei Dank schon. Irgendwie juckt meine Nase heute. So. Ach ja, Meerschweinchen ertraten. Irgendwie wusste, dass da irgendwas an Level war, was ich nicht mochte. Nee, da, da. Wo ist das echte Schwein? Nein, oh Gott. Egal. Nicht so wichtig. Ja, was, warum hat er hier schon? Die fünf Sternen sind viel wichtiger. Das ist mit der Herausforderung, das ist ja so wild. Wie gesagt, die hatten wir ja schon. Wichtig ist es viel mehr, dass wir die fünf Sterne gekriegt haben. Ja, und das eine Level hier, das muss ich wohl jetzt auch noch einmal spielen, ne? Ach Gott. Tut mir sehr leid, dass ich euch damit nerve, aber... Es ist schon eine dramatische Geschichte diesmal. Das muss man nie lassen. Sie haben es ganz schön dramatisch gemacht. Mit einer Allison, die sich einfach psychisch komplett zurücksetzt. Und nichts mit der Realität zu tun haben will. Ich finde das erstaunlich. Und wie gesagt, sehr gut gemacht. Nein, du da hin, du da hin. Ist denn da so schwer dran? So. Ja, du kommst gleich dran, echt. So schnell kann ich ja gar nicht. Ja, ja, ihr kommt jetzt erstmal alle weg hier. Habe ich meine fünf Sterne schon? Okay. Kleiner Sausewind. So, und flip, 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 flip. So, bitteschön. Tennis. Die junge Dame möchte einmal Tennis spielen. Tennis gucken, bitteschön. Soll sie gucken? Ich sehe nicht, wo der hin will. Mach das nicht. So wird das doch nix, so. Aber ja, ich habe ja meine fünf Sternchen. Juhu, Freude. Ich bin der happy-igste Mensch überhaupt. So. Genau, wir hängen ja in unserer Zeitschleife fest. Das ist voll okay. Irgendwie. Vielleicht auch nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich daran denke, wie das da noch weitergeht. Und das da. So. Der Anfang vom Ende. Warum heißt dein Level so? Ich sollte zu ihr durchdringen können. Ich bin schließlich ihre Mutter. Ich doch nur wüsste, wie ich das wieder in Ordnung bringen kann. Meine Mama ist sehr gut darin, Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Ich wünschte, sie wäre hier. Sie könnte dir helfen. Warum hilfst du mir nicht? Tausche mit Annys Hilfe die Glühbirne aus. Okay, wie mache ich das? Egal. Wir werden es rausfinden. Aber die Metaphern sind schon irgendwie... Oh Gott, wie mache ich das denn? Oh Gott. Nee. Das ist ja... Okay, Entschuldigung. Das musste ich aber jetzt erstmal lernen. Können wir uns da bitte ein bisschen beeilen? Nur so ein... Mühe! Oh Gott, die laufen hier ständig weg. Echt? Kann's doch nicht sein. Gut, gerade ist keiner da. Das ist sehr schön. Ich mag das jetzt nicht. Ich mag das jetzt nicht. Ich mag das jetzt. Untertitelung. BR 2018